ich kauf natürlich auch handlers blessing brauchen wir brauchen wir hock wie viel damage macht deine 2 85 oder 80 oder so was ich bin cool da 13 hat das für eine duration ich mach 75 bounces hier also mach ich ich mach 15 pro bounce 5000 ok der autohit dauert dann so lange der der dritte ja von der der nächste autohit dass du den nächsten autohit halt wieder macht von von nidja wie kann das sein dass wir die gerade ja die gelbe nox während ich meine zwei auf die wave machen als er muss nichts machen ja ich hab schon gedacht der herr die ganze mediation Ich dachte auch so, hä, was ist das? Oh nein, sie hat einfach gedacht, scheiß einfach, war alles, ich kann einfach Brace. Die hat keine Beats, ihr Leben ist am Arsch, Alter. Der kann ja auf jeden Fall nicht wegjumpen. No. Ah, Bacca. Bacca ist in den Todgart gejumpft. Was? Nein. Ich hatte keinen Ringtoast, ich hatte keinen Ringtoast. Scheiße. Okay, ich habe meinen Ringtoast jetzt nochmal geskillt. Warte, habe ich genug Mana für, nein, habe ich nicht. Keine Mana-Pots. Ich habe mir eingedacht. Okay, raus mit dir. Autetick, 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 Autetick. Wir spielen immer so wie italische Lane. Das ist schon wienerlich. Ja gut, dieser Rami hat fucking Brace da, Alter. Ja. Wollt ihr da gerade unsere Lane ganken? Weiß nicht. Ich habe es gar nicht mitbekommen, er hat irgendwas gesagt. Wir sollen reinblinken, dann. Wähl mal die. Hol mich hier raus. Die Autetick-Battle. Oh, ich habe meine Eis gleich. Ah, die gehen im Tor. Scheiße. Ja. Wir werden hier sterben. Ja. Weiß nicht, wenn wir ein Purple-Mitch. T-Täger. Ja, steckst du die oder was? Das hat Jensich. Der Mana mehr, Scheiße. Ich habe Mana für einen Ringtoast für unseren Purple. Die Tabiel. Nennst du mal die Lane-Kliere nach acht Jahren? Ah, was brauche ich für Ringhoff? Hakate 2000, docker. Mhm. Also, ich back jetzt. Na, ich habe meine Ulti, ich back auch. Ich habe jetzt eine Ulti. Ist sie. Dann will ich auch. Warrior Tabiel. Dangerous. I like it. So. Also, diese Rami, die ist so gut wie tot, Digga. Die hat keine Beats. Die ist halt immer tot. Immer tot. Die haben alle keine Beats. Sobald ich sie sehe. Die haben alle keine Beats. Keiner von denen besitzt. Was? Ja, renn. Sehr, Digga. Ich tue, wenn ich auch dash. Leider willst du dir nicht helfen, Dunst. Racer, ich seien ab. Ulti. Hau rein, bro. Ich schau mal ab, hier. Ja. Das zählt nicht, Digga. Die Lane zählt nicht. Die sind schon schlecht. Ja. Ja gut, aber was machst du auch gegen den Nox Ninja Lane? Nein, du, was, 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 was ist das so? Wo, 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 wo kommt das her? Ja. Ich würde es auch nicht unbedingt in Ranked ausprobieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Zerbrus in seiner Rami eine schlechte Lane ist. Ja. Stimmt. Ich form einfach Daniel in den Jungle. Seid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Danke für deinen Blue, Erfodid. Nehme ich mir doch gerne. Baut er nämlich mal an. Ja, also ich tue es mir nicht leid. Ich tue es mir nicht leid. Sag doch, was ist du, Gangs, Bro. Nein. Nein, ich habe sie spät geholtert. Ich tue es mir nicht leid. Ich tue es mir nicht leid. Es ist schon nice, wenn der Supporter das gleiche Level hat wie alle anderen. Ja, schon nice. Okay, unser Jungle ist Level 5. Letztes Game haben wir Matchmaking bekommen mit guten Gegnern. Jetzt dachte der sich, jetzt kriege ich richtig rein. Kriege die richtige Pods. Ja man, jetzt schicke ich die Pods los, ja. Oh, Rage. Oh, Rage kostet 24. Das kann nicht sein. Out attack. Out attack. Lustig ist, dass unsere Leute in den Lanes trotzdem gefickt werden. Nichts jetzt? Ja. Also der Poseidon, der sieht alleine jetzt auch nicht wirklich viel Licht. Vielleicht sind ja die wenigstens. Ja, chill. Keine Angst, Frau Hardis. Out attack. Battle. You won. Gegen die Sanami. Ha, Digga, ich bin 5 Level über hier. Oha, die ist Level 5. Alter, schicke. Oh, das war dein Tod. Dad was your dad, brother. Dad. Dad. Okay, ich hab noch Ulti. Okay. Be careful, middle. Okay. Okay, ich hab Mana für Ulti, einmal Ring Toast. Und einmal Sash vielleicht. Warte, warte, warte. Ist der Name für jetzt Boisty? Hier. Weggedashed? Die, ich hab auch schon. Ist der Zerberus gebackt, oder was? Nee, da ist er. Wo ich mit dir tun? Oha, der hat geschellt. Oh, T-Tex-OP. Bam. In dein Gesicht. Okay, das ist übelstupid, was wir hier machen. Oh, Bacca hier. Ja. Mhm. Na, jetzt traust du dich. Aha. So einer bist du. Schon weg, bro. Ja. Komm rein. Warte. Der Bacca dachte ich auch. Aber ich bin Bacca-Sura. Ich bin, ich bin's. Ich bin's der Bacca. Ich bin's Bacca. Ja. Ich sollte eigentlich nicht sterben. Eigentlich sollte ich Ulten und dann sollten alle sterben. Ja. Genau das dachte der. Ja, wenn ich jetzt Ulte, sind die doch alle tot. Ja, ja. Gut, dass der seine Ulti einfach gar nicht getroffen hat. Gut, der konnte sich auch nicht bewegen. Nee. Okay. Der Tatskau ist mittlerweile Level 8. Immerhin. Nicht schlecht. Nee. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dort, für den? Bruder. Ich bin da. Fick den. Gehen auseinander, Alter. Alter-attack. Ah. Ich hab noch Holti. Auf. Ah. Ich hab keine Warnung mehr. Ich hab Alter-Tags. wir uns einfach ignorieren sowas die wollen gar nicht gehen holt ihr in deiner fress du und ich hab den für 300 gegrittet ich glaube wir sind zu hoch obwohl der bakker ist level 11 der bakker ist level 11 ich hab den auch für 200 gegrittet ich bekomme ich guck mal ob ich ja der hat wahrscheinlich kein bock mehr ja von der dacht sich ich kaufe mir das breastplate naja und dann mache ich ein bisschen faxen wirklich nur noch die drei dicker der poseidon tötet mich halt immer fast der poseidon tötet mich immer weil er immer die leute von meinem sash weg waren es mit seiner 1 duuude duuude verarscht und fick den und der ist den ja schön wieso Wieso? Wie kann ich sterben? Ich bin Bakasura! Das kann nicht sein! Ich bin Bakasura! Ich hab Golden Blade gekauft! Ja man, Golden Blade ist einfach... Ist gleich Win eigentlich, aber... Nein, nicht schon. Warum hab ich eigentlich keinen Golden Blade? Das ist für die Quarga. Ich sollte mir auch einen Golden Blade kaufen, glaub ich. Ah, ist so, komm einfach. Oh! Ich hab mit Rage, dann Golden Blade. Ich hätte eigentlich direkt schon... ...bevor ich Boots cover Rage holen sollen. Ja, aber... Das stimmt. Komm ich hab noch mal einer für meine. Ich hab da schon bei Pupp. Wo bist du? Die hat Brace eingesetzt. Na gut! Na gut! Ich würde mir jetzt den Red Buff hier nehmen. Ja, mach. Ja. Sie sterben, unsere Team jetzt auch noch. Warum sind sie alle hier? Hm, weil wir die gerade gestompt haben, Bro. Und die jetzt gruppen, weil die nicht ganz so dumm sind, wie wir dachten. Äh, ich komm schon. Ja, ich komm schon. Ja, ich komm schon. Ja, ich komm schon. Ja. Komm, lass den mal ganken. Ja, ich komm mit. Ja. Nein! Das ist ein hartes Spot. Mann! Mann! Pfff! Golden Blade. Ich denke, Golden Blade wird's werden. Du musst das nicht wegschappen, Bruder. Meine Eier. Pfein meine Eier und kommst du weg. Meine Eier. Ich bin Backazura. Das kann nicht sein. Ich brauche Blumen. Dein linker Tower war eh schon verloren. Er denkt, she used speed broken. Ne. Bröken! 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 Jaa, tu sie aus meiner 2 raus, du Vollfoss. Er klaut doch noch meinen Kill. Without the brain, without the brain. I call it you every day. Every day. Ich brauche Farms, ich bin ja so level 14. Kläger, ich bin schon level 17. Mhm. Ich weiß nicht hier, unsere teammates klappen ja die ganze Zeit meinen Farmen. Du Schweine, du Schweine. Äh. Fuck, hast wirklich schon. Was macht ihr dann damit dann? Macht ihr fette Rampage Party? Okay, genial. Was ist denn los hier? Was ist denn da los? Die surrendern aber auch nicht. Crazy. Tech Speed! Okay, ich komm in die Mitte. Okay. Fuck, holt die's dann. Ich geh mal auf den Tower. Nein! Die Ulti von Aphrodite hat den sogar in meiner Ult, obwohl ich schon mit dem Bagger in meiner Ult war, immun gemacht. Was? Jaa. Digga, Hörg, hör auf die ganze Sch... Gott, ich krieg eigentlich so bei dem Hörg. Ja, der Hörg lässt es ein bisschen behindert. Jaa. Also das wusste ich echt nicht. Ich hätte es brauchen. Das ist auch dumm. Weil, das Band ist ja, wenn ich den Ulti... Der ist so weit in der Luft, das müsste ja gebrochen sein. Aber nein, ist es nicht. Nee, das reicht bis dahin. Ist schon... Ist schon normal. Das ist crazy. Ich weiß auf jeden Fall, was mein Problem war. Mhm, ich denk auch. Ich hatte kein Golden Blade. Weiß ich, das ist das Problem. Ja. Jetzt. Nicht schade, Golden Blade sei ein Schwachsinn. Aber ich mach's trotzdem. Digga, ich bin... 15 Null Attack Speed, Alter. Mhm. Mhm. Weiß haben wir auf der Dueling gefahren. So. Was fühl ich mich dann eigentlich noch? Brauch Stacks, Bluter. Stacks. Gespottet. Die Schlampe von Aphrodite musst du sagen. Ja, ja. Die muss als erstes weggenetzt werden. Ich hab den Hades gar nicht gesehen. Holy shit, scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Alter, Schwerder. Das hat er gut gemacht, Alter. Der ist ganz zum Schluss rein. Ich hab halt keine Beats. Ach, heil, ich wollte gar weg da essen. Weckt mein Leben. Ein Flach ist voll. Arschloch, blödes. Arschloch da. Naja, hartes Ulti. Aber warum schel ich's ja überhaupt? Das war dumm. Dass ich da überhaupt noch geschellt hab, das hätte ich mich sparen können. Weiß sowieso gestorben. Ich weiß ja, wie so gestorben. Mein Digga. Was machen? Hallo? Wie lange schon bei denen, Lunge? Hercules kommt jetzt und fällt erst mal alles? und ich hab da locker 20 sekunden lang mindestens ja ja mitzum hab ich easy mach dir feier, ich muss kurz weg was soll ich denn machen, die überhaupt feier schmeißt komm ich hol noch ich hol noch poison start, komm der hirk trollt ehrlich ja ja der wartet da, dass ich angreife, alter vielleicht ist der ein bisschen dumm das kann auch sein es hat gerade gut getan, den Hades aus dem Lebenssystem ja, aber bevor er mich ulten konnte, hab ich ihn geultet nice das hat geschmeckt mhm Serbrus kommen zu mir, bitte okay hallo ipims garniger naja torns ulti ja torns von äh Serbrus ulti von Hades mit 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 So, so, besser. From Attack Speed. Wie viel Attack Speed hast du? Lass mich mal gucken. 2,6 gerade. Warum ultet die Ratte eigentlich immer so tote Menschen, also tote Götter? Hallo. Oh, Michael. Was? Wir gehen hoch bis unser Kills, Alter. Wo denkst du gehst du hin? Ich glaube ihr könnt mich beenden, oder? Könnt ihr beenden? Doch. Servus kommt gleich. Alles ist auch gleich wieder da. Du Schlampe. Blatt. Okay. Hab ich ein bisschen übertrieben. Alles. Ja, hab schon. Servus. Er ist gesprungen. Er ist gesprungen. Hallo. Uff. 500, 500, 600. Bruder. Alter. Alter Schwede. Hab ich ihm aus dem Leben. Alter. Er ist gesprungen. Was ist das? Warte, warte, warte. Warte, warte. Wir sind irgendwie begassen hinterher gerannt. Ich hab auch noch Dings. Ich hab auch noch Hastened, Alter. Weißt du, wie lustig das jetzt gerade war? Loll, Alter. Wieso zwei Gestörte auf Craig, Alter? Ja. Wie geht's? Hast du Ulti? Ja. Okay. Versuch mal. Warte, warte, warte. Ähm. Okay. Versuch den Hades zu holten, okay? Kann ich ihn in der Luft raus? Doppel Damage! Not attacks in deiner Fresse! Ich bin tot! Der scheiß Felix! Der Felix! Scheiße! Ne, du kannst in der Luft nicht raus, also auch wenn du in König Arthur zum Beispiel rein oder so und der seinen Scheiß macht, du kommst da nicht raus. Ist total dumm. Der hat Spear auf Margus. Oh mein Gott, Digga! Mhm. Der hat fucking Spear, Alter. Holy shit, man. Krieg sie in meinen Augen! Und du! Und du! Pass auf Barker hinter dir! Und pass auf Barker hinter dir! Wuh! Okay, fight it! Easy. Warte, warte, warte. Jetzt. Wie hast du gewartet? Ähm, wegen meiner zwei. Uhhh! Ja hier'll ich oder? Nee! Nee. Neee! Lass schauen! Nee! Ich hab nicht genug Lifestyle. Ich durf load ich auf Lifestyle. Warte, ich brauch Lifestyle. Du nacht, der j啦! Der j commer!!!!! Ich glaube der stirbt mich! Da ist Feuer! Du hast mich im Stich gelassen! Hätten wir nicht geschafft, wir essen mit ihm alles. Ah, der ist auf Damage gegangen, der Cerberus. Hinten wir? Nein, der Hugen zuhören. Ja, fick ihn, Bruder. Easy. Oh Mann, läuft das kurz. Okay, jetzt bin ich tot. Ich bin auch fast tot hier. Kein Mahner mehr gehabt. Okay, der nächste Zeit geht kurz auf Toilette. Das war's. Das war's. Die Zeit geht. Wut war's. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.